Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Zelda Ocarina of Time. Ja, wir sind im Geister-Tempel und haben nur eine einzige Aufgabe. Durch den Tempel kommen und, ja. Das war klar. Zuerst schaue ich jetzt aber mal auf der Karte nach. Okay. Opa, na. Oh. Das war's für heute. Ich glaube, dass wir zuerst auf dem anderen Weg durch müssen. Das war's für heute. Ah, ich glaube, ich verstehe jetzt. Ha, hat doch funktioniert. Ausgetrickst. Ah, ich glaube, ich habe sogar noch eine Feder bei. Ja, ich weiß auch, warum ich die Feder bei habe. Oh. 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 Das war's für heute. Ich würde mich interessieren, ob ich die Säulen auch kaputt gehauen bekomme. Ist ja blöd. Kompass und Karte haben wir, dann kann das eigentlich nur der Spiegelschild sein. Der Spiegelschild. Der Spiegelschild reflektiert Licht oder Energie. Mit R setzt du ihn ein. Perfekt. Das ist mein Lieblingsschild. Der sieht einfach auch stylisch aus. Nur mit dem kommen wir denn beschätzt weiter. Der Spiegelschild. Dissert das sind der Spiegelschild. Das kann eigentlich nur ein Schlüssel sein. Und es ist einer! Wie sollte es auch anders sein? Und schließlich kommen wir ohne den kleinen Schlüssel ja nicht weiter. Okay. Ach man! Ich habe gedacht es geht okay, da muss ich tatsächlich meine drei Pfeile benutzen. Jetzt passt das eher. Wenigstens noch mal Pfeile bekommen. Wie er einfach ans Leere greift. Okay, was war das denn jetzt? Was war das denn? Oh! 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 Oh, oh! Oh, oh, oh! Wunderbar. Wunderbar. Ah, natürlich. Wo geht's denn da hin? Hä? Oh! Hm... Wo... 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 Da holen wir doch gleich mal wieder den Stahlhammer raus. Ja, wenn, dann mache ich jetzt alles platt. Oh, hier ist schon der Master-Schlüssel. Meine ich das nur, oder ist dieser Tempel schnell? Okay, ich verstehe. Oh, hier ist der Master-Schlüssel. Jetzt kannst du endlich jeden Raum betreten, in dem der Endgegner lauert. Oder in dem Fall die Endgegner. Es sind ja, glaube ich, die zwei alten Hexen da, die man als kleiner Junge schon gesehen hat. Aber mit dem Schwert geht's. Okay, lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Weg mit dir. Oh, ein kurzer Lack. Oh, oh. Oh. Die Bomben, okay. Die wollen einfach uns immer wieder in Bombenstimmung versetzen. Okay. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Und du bist im Weg. Und du bist im Weg. Ich nehme mal an, das nächste Mal gelangen wir auch endlich zum Boss. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked, teilt, kommentiert, abonniert. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich bin Superslate, euer freundlicher Saarlandscher, Let's Player von Emane. Tüdelü.